Nein, sorry, ich behalte braun. Ich will wirklich nicht... Kann ich irgendeine andere Farbe haben? Ich kann doch nicht grün sein. Das ist doch... Grün ist ekelig. Kann ich orange haben? Kann ich orange haben? Das ist auch ein Herbstton. Kann ich orange... Gut, dann kann ich orange haben. Das ist also... Grün ist ekelhaft. Dann nehme ich halt pink, wenn es sein muss. Aber das ist... Ey, ihr macht Flescosplay! Grün ist ekelhaft. So, bin ich halt pink. Ne, heute nicht. Nein. Ach, schon wieder ein Postal. Mit Felix, ne? So... Hier. Machen wir hier... Tasks. Ach, ich hasse diese Tasks so sehr. Weil ich sie nicht verstehe. Was so gelern ist. Natürlich, was auch sonst. In meinem Dreckspink. Wir haben sofort als erster wieder gekillt. Er war ja klar. Na komm, wir reporten die Leiche. Was ist los mit dir Sky? Äh, Moin. Äh, Moin. Äh, Moin, Sky. Kannst du das erklären? Äh, ja, Mentos hat, äh... Du stehst über der Leiche. Als ob... Da wissen wir ja, wer die Imposter sind. Ähm, Sky ist innerhalb... Also, Zwergi ist schon länger tot. Der war schon... Als ob Sky nicht reportet, wie das... Ähm, Live-Panels und dann war er schon tot. Ähm, Sky war da noch nicht tot. Und dann bin ich direkt von der... Du bist über meine Leiche drüber gelaufen. Und Sky. Und dann lag Sky bei Left-Eingang irgendwo da. Dann kann ich Charlie proben. Also... War in den letzten paar Sekunden. Ja, reporte doch. Also ich kann Felix... Proven. Aus dem ganzen Tag von Grund, weil er... Weil er noch auf Toilette ist. Aber es wurde schon gestartet. Ähm... Oder wo auch immer er jetzt gerade ist. Und er ist nicht da. Er stand die ganze Zeit im Dropship. Und Elfni ist auch Proven. Weil wir standen beide zusammen die ganze Zeit bei Felix, um ihn zu beschützen. Und haben uns unterhalten. Okay. Okay. Elfni, du kannst das bestätigen. Ja, genau. Ja? Ja. 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 Aber ich hab dich dann schon, weil ich ihn nicht mehr gesehen, Mentos. Das war jetzt gerade in den letzten drei Sekunden. Also ich kann Charlie proben. Deswegen, ich weiß nicht, wo du danach... Dann könntest du ja so ein Schlenker theoretisch... gemacht haben, zur Lab hoch. Ja, okay. Deswegen kann ich dich da nicht ausschließen. Meintest du es wäre möglich gewesen, dass ein Ein-Imposter beide Kills gemacht hat? Nein, von der Zweiter, glaube ich. Nein. Okay, dann sind eigentlich Elfni, Felix und ich... Ich kann Charlie proben. Und... Kami... Ja... Dann könntest du eigentlich noch Tobi, Mentos, aber wir brauchen halt nicht überhaupt eine Künstlerin. Ja, also... Einfach mal in den... Also... Sky... Skys Tod ist jetzt wirklich drei Sekunden maximal her. Und Zwergi ist beim ersten Lightfix gestorben. Ja, aber von der Zeit her kann es halt kein einzelner Imposter gewesen sein, bin ich ja meine. Ja, denkt auch nicht. Wir waren auf jeden Fall beide. Was zum Klamass hier los? Wollen wir jetzt noch die Diskussion warten, ob Felix wiederkommt? Ja, können wir machen es. Ja, wäre vielleicht besser. Müssen wir es sowieso, weil Felix war es. Wir waren zu zweit mit Mentos. Ich weiß... Wer... Nee, das kann eigentlich nicht sein, Mentos. Okay. Also ich bin so ungefähr Richtung Weapons, aber ich bin nicht in Weapons. Wieso krieg ich denn direkt zwei Worts WTF? Ein Zwerg-Imposter. Na... Zwerg-Imposter und hier. Felix, bist du wieder da? Alter, kann man jemand nicht Pro in Rechnung bezahlen. Stimmt, ich kann ja nicht fixen nach so Dreck. Ähm... So hier... Ach nee, Wasserweiter. Das ist... Man merkt, ich bin Among Us langsam light. Es ist irgendwie... Es ist irgendwie... Ich bin diese Tasks langsam light. Es ist einfach... Wasserrad-Task. Es ist... Es wird Zeit, dass die neue Map rauskommt. Es wird Zeit... Hier liegt eine Leiche und Sven ist tot. Es wird Zeit, dass die neue Map rauskommt. Ähm... Sven wollte die light fixen und er liegt vor der Tür zu dem Light-Raum. Jemand hat ihn getötet. Ach... Skye, bist du da? Ich bin es so leid. Skye, das war doch besser, man. Ja. Ich wollte gerade Mentos töten als Sheriff. Wo bist du hingelaufen, Felix? Ich hab dich nicht mehr gehört. Soll ich dir mal was witziges sagen? Was denn? Wo bin ich denn? Ich bin das kurz vor Electrical. Ich bin auf der Leiche und es sowieso nicht gewesen sein, weil... Tobi kam dazu. Also, kannst du mir das erklären? Soll ich... Jo... Die Kids sind zu schnell gekommen. Es ist einer beide gemacht. Tobi tötet mich. Es war halt klar, dass Tobi und Mentos das sind. Ich wollte halt einen von beiden jetzt gerade der Sheriff töten, aber ich konnte es nicht. Warum zum Hank hast du mich nicht reportet? Ich hätte nicht so leicht gegen sein, Nata. Ich hätte warten sollen. Ja, der Kind muss eigentlich auch gerade eben erst passiert sein. Skye, warum zum Hank hast du mein Leiche nicht reportet? Das hätte deinen Tod verhängt. Ja, ich weiß. Ich wollte halt warten, bis jemand kommt und dann sagen, dass Mentos das ist. Ja. Das war jetzt dein... Ich weiß nicht. Für mich ist es... Ja. Also für mich kommen nur Charlie Mentos zu mir. Das war dir dein Verhängnis. Ey, jetzt wollte ich gerade so eine geile Sheriff-Runde spielen, Alter, und dann sowas. Definitiv safe. Scheiße. Also Leute, das Ding ist, wir können uns jetzt wieder auf die Alte Regel rufen und sagen, ne, was wurde das denn? Ey, das ist Sky bewertet. Zum zweiten, war ich in der ersten aufs Klo? Ja, du warst. Ja, das ist ja. Ich hab ja gerade gesagt, Goku, Felix und... Ja, bevor wir uns jetzt hier wieder weiter anschweigen, Sky fehlt halt irgendwie so ein bisschen als Moderator hier gerade. Ja. Fällt mir gerade auf. Es ist keine Dramatik, keine Dynamik. Ich hab doch gesagt, wer es ist, Alter. Nö, ich. Nö, ich weiß auch nicht. Ach, Mann, warum... Also, ich hab jetzt hier... Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Nicht so aggressiv, ey. Mentos. Was ist denn los mit dir? Mentos. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, wir spielen hier... Ich hab's noch nicht erwähnt. Dann Voice Mod und... Äh... Und Detective Mod, ähm... Ja, Detective... Nee, nee, Sheriff Mod heißt die. Beides gemeinsam, das hatten wir noch nicht. Das ist neu. Wir hatten schon Sheriff Mod und wir hatten schon Voice Mod, aber beides gemeinsam. Das ist neu auf meinem Kanal hier. Das ist jetzt hier. Und Best Game Welcome Stream. Haben wir das auch mal gesagt. Wurde das auch mal verkündet. So, Wasser. Wasser. Wasser, Mausch. Jemals. Anklems gestorben. Oh shit. Specimen. Ja, da soll ich nicht hochgehen, kann ich eh nicht fixen. Specimen. Tobi. War genau richtig. Ja, das Ding ist, ähm, Charlie und Mentos, die... Es ist Tobi. Ja, ich weiß, aber... Hallo? Ja, Felix? Du bist tot. Ja, Charlie. Hören die mich, oder was? Du bist tot, Felix? Nein. Nee, ich stand noch in Auto. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Okay. Charlie und Mentos haben sich verbündet. Äh, Charlie... Was? Das ist ja belastend. Was? Wer ist denn jetzt Nummer zwei? Ja, wie? Ja, dann können wir ja nichts mehr gelingen. Das ist geil. Goku, immer noch Tobi und Mentos. Mentos war auch... Ja, ich wollte gerade, ähm, ich wollte gerade Mentos... ...schwierig. Goku, ich wollte gerade Mentos killen, verleih... Können wir auch nicht mehr dran erinnern, wer mich gekillt hat. Das war doch vorhin schon so bei Lenny. Dass ich sowas vergesse. Das könnte vielleicht sein. Oh, da gehen wir halt auch immer komplett rein. Also, Mentos hat mich halt gekillt und Charlie stand daneben und hat gelacht. War einer von euch Sheriff? Und dann sind sie weggelaufen. Ja, ihr wart beide, ihr wart alle drei in Security, ne? Mh, ja, in Security. Ach, das müssen wir ja auch noch bedenken, es gibt einen Sheriff. In der ersten Runde halt. Ja, dann war Goku wahrscheinlich... Ist der Sheriff schon tot, oder? Nein, gar nicht. Aber warum sollte Elf nie... Nein, vielleicht, wenn Mentos und Elf nie und Goku ineinander standen, wollte er vielleicht Mentos töten. Ja, okay. Aber es ist das Ding, wir wissen nicht, ob er Mentos getroffen hat und dann gestorben ist, weil Mentos falsch war, oder ob er Elf nie auf der Szene erwischt hat. Oh, ich hasse es, das wäre Sheriff, Alter. Ich war halt einfach Sheriff, Mann. Oh, wenn der Sheriff noch lebt, dann haben wir noch zwei Kommits wieder. Wir wussten seit der ersten Runde, wussten wir, dass es Tobi und Mentos sind und wir haben die halt... Tobi und Mentos sind gerade da. Kami, du bist es wahrscheinlich selber, Alter. Nein, bin ich nicht. Ja, ich bin es halt auch nicht und es gab halt auch nicht eine einzige Runde. Ja, sie intet, also sie intet nicht rein, aber sie hat Dings da gemacht und kommt gerade mit Mentos. Gut auf mich, das ist auch nicht so richtig. Dann tritt man nicht. Dann tritt man halt in der gleichen Position. Es ist halt traurig, dass man so... Ich hab jetzt aber Angst, Mentos zu roten und... Was kommt denn noch? Ja, so hin und wieder kann es ja immer ganz lustig sein. Angst, Mentos zu roten, Alter. Ja, das macht halt dauerhaft keinen Spaß, so. Oh, Mentos hat die Klappe, Alter. Einfach Maul. Elfni kann es nicht gewesen sein. Elfni kann es nicht gewesen sein. Aber auf der anderen Seite wäre das halt ein jüngster Gigapunkt für mich, wenn einfach Goku und... Äh... Und wenn... Irgendwie immer das hier ziemlich leise... Zwei Leute gerade gestorben? Ja, Felix ist auch noch tot. Ja, Felix ist auch noch tot. Ja, aber dann bin ich... Nein, ich hatte jetzt die letzten drei Tage keine Kohle, also habe ich nicht raus. Weil ich war ja mit Elfni und... Ja, gut. Und weil jetzt meine Kohle angekommen hast, habe ich wieder... Felix stand oben bei... Habe ich mir gedacht, ich mach mir heute mal. Ich hab mir früher immer diese, äh... Selbstanzündar-Kohle geholt. Haha, nice. Alter, das hat so eklig geschmeckt. Wollen, warte mal. Ich hab mir halt jetzt für 70 Euro 20 Kilo geholt. Ja, aber ich... Ich hab ja, ähm... Wie soll ich sagen können... Ich wollte jetzt Charlie. Na ja, gute Kohle, gute Kohle. Das ergibt keinen Sinn, Karne. Ja, aber... Ist auf jetzt... Ach komm, Leute. Ich hab mir jetzt auch einen neuen gestellt, weil... Dieser Mentor schon nicht rausgevotet wurde. Wenn Sven mal Proof war. Was ist auf die Mentors, die sich rausgerüttet haben? Na ja, äh... Na ja, äh... Hä, äh... Ja, vielleicht zu. Ja, das ist verledigt. Und Runde vorbei. Ja, ähm... War ja wohl klar. Ich muss sagen, Mentors, ich bin stolz dafür. Schwierig. Mentors, du warst so kurz davor, du warst so kurz davor zu sterben, Mentors. Ich bin gleich hier rum, er sagt mir, es ist Mentors, ich kill ihn. Ich... Darf ich auch endlich mal einen Post oder anderen? Ja. Es kann ja etwas zu sagen. Ha, oder auch nicht. Hab ich hier irgendwo eine Task? Ne, ich hab hier keine Task. Ich merke es aber frühzeitig. Äh... Machen wir diesmal links. Fangen wir links an. Zur Abwechslung, sonst lauf jemand nach rechts. Zur Lab. Warte mal... ...nach links. Ich weiß noch nicht, von wem die gerade kamen, aber... Ich bin mühlich die ganze Zeit. Moment, Musiker. Na ja, jetzt sind's viele. Kann man mitbringen. Hey Charlie. Du wirst nicht sterben. Ich bin hier. Du wirst nicht sterben. Mentors. Nein, ich bin nicht. Actually... Das ist so geil. Wirklich Null. Aha. Ich führe in Charlie. Was ist passiert? Ach, die Earthloadtask. Ich bin... Ich muss aufhören, bis die neue Map raus ist. Ich bin die Among Us Tasks so leid. Es ist einfach... Die kotzen mich so an. Was ist denn da los? Was ist hier los? Was wird hier gelacht? Was lachst du da? Ich kann nicht mehr, Alter. Weswegen kannst du nicht mehr? Was ist hier los? Ich verstehe nichts. Das ist so geil, Alter. Ich habe hier keinen Task drin, aber egal. Was läuft hier? Ich verstehe jetzt gerade den Kontext nicht. Warum wird hier gelacht? Ich verstehe den Witz nicht. Warum wurde hier gelacht? Was ist hier los? Ja. Ich höre, glaube ich, ich höre scheinlich gerade quer über die Map, oder? Sehr, sehr lange dort. Das Ding ist, ähm, mir ist aufgefallen, dass die Camps aus sind, ausgegangen sind. Weißt du ungefähr wann? Ziemlich zeitgleich, als, ähm, die Kills in den Lifelines gefallen sind. Ja, dann, also ich, also ich, was ich gerade bestätigen kann, ist, dass Mentos es nicht gewesen ist, Zwergi wahrscheinlich auch nicht, und dass Felix tatsächlich mit mir gerade von rechts reingekommen ist, also, auch sehr unwahrscheinlich. Ich freue mich gerade einfach nur darüber. Ich freue mich gerade einfach nur darüber. Ich freue mich die ganze Zeit an. Ähm, Elfnie habe ich dann noch gesehen in, ähm, in, ähm, in, äh, Office. Dann sind wir rechts raus. Camps waren aus, und dann habe ich mir gedacht, oh, scheiße. Ja, ich wollte, ich war halt die ganze Zeit, ähm, ich war die ganze Zeit am Up-Nin-Pable, und da waren halt die zwei in Security waren sehr, sehr lange. Also, erst waren es vier, da waren es zwei, und die sind halt nicht mehr rausgegangen. Und dann wollte ich jetzt auch gerade nachschauen gehen, ob das zwei Leichen sind. Ey, warte mal, dann müsstest du ja in den, äh, in den Admin-Table, da hast du ja, da bist du ja auf Sven, und wer war das noch? Sven und Goku gestoßen, ne? Äh, als ich hingelaufen bin, war niemand da. Also, als du gesagt hast, Sven und Goku sind am Admin-Table, bin ich zum Admin-Table, und da war niemand. Na, wir sind vorher rausgegangen, wir sind kurz an Admin-Table. Also, ich bin, ich bin kurz an Admin-Table gegangen, ähm, war irgendwie geschockt, dass irgendwie gefühlt vier Elektriker waren, zwei Security, bin dann zu Lifelines gegangen, da war noch, ähm, keiner tot, und dann bin ich... Du war aber erst jetzt gerade am Ende. Nein, ich war noch schon zwischendurch einmal kurz... Du bist in Lifelines gegangen, da war ich aber mit elf nie, da war... Nein, nicht direkt nach dem Admin-Panel. Die beiden da vor, da. Nicht direkt nach, ja, nicht direkt nach dem Admin-Panel. Ich hab noch ein paar Tasks gemacht vorher, weil ich hab die nix auf, äh, ich hab ja Camps gesehen noch an, und dann hab ich eine Task gemacht. Irgendwann später bin ich noch zum Admin-Table, und ja. Jetzt warte, lass doch mal Mentors reden kurz. Pass auf. Ich glaube, dass, äh, dass Felix, ich habe ja so ein Verrichtungslager vor dem Renten aufgebaut hat, einfach dort jedes Mal Türen zugemacht hat, gewartet, bis einer kommt, den abgeschlachtet hat. Ja gut, dann... Ich konnte halt nix machen, und hatte halt... Felix war in Office die ganze Zeit. Nee, ich, äh, also, da muss ich jetzt Felix tatsächlich mal in Schutz nehmen, ich glaube das nicht. Felix war die ganze Zeit in Office eingestellt. Er ist halt auch gerade von rechts mit mir zusammen da reingelaufen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, das weiß ich auch nicht. Weil Kami hat doch gerade irgendwas gesagt mit zwei Security, oder nicht? Weil Elfni und ich, Elfni und ich waren in Dings. In, ähm, in... Na, wo der Cardswipe ist. In Lifelines. In den Lifelines, genau. So, dann hab ich gesagt, Elfni, wo läufst du hin? Und dann hat er gesagt, nachdem er an Lifelines stand, es sind zwei tot. Felix, was glaubst du, wer ist es? Dann hab ich gesehen, die Kameras sind aus. Weiß ich nicht, ich hab keine Ahnung. Hm, das ist ja noch Boku, oder Kami, oder Elf. Und die Kameras waren die ganze Zeit an. Also Felix, ich und Elfni, also Felix, ich, Elfni, wir waren zu der Zeit, das von den beiden Kills, im Office. Ja, und, äh, Mentors und ich waren halt auch zusammen. Ja, das sind halt zwei... Okay. Also, nicht mal, also nur Dings da. Das kann man ja nicht. Ja, das ist auch selber Impostor, Alter. Ja, ich freu mich halt einfach, dass ich jetzt, dass ich lebe noch und Sky ist tot. Das ist halt einfach. Ich würd's ja gönnen. Ich kann jetzt aufhören. Ich meine, ich bin noch am Leben, Sky ist tot. Das ist einfach, ich hab alles erreicht in Among Us. Hä? Das ist... Sky ist vor mir gestorben. Das ist einfach... Ich bin noch am Leben. Das ist... Herrlich. Ich hab mein Lebensziel erreicht. Das hört sich sehr ironisch an. Mit B-Scan. Reparaturarbeiten in der Schleuse. Guku, mach, 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 Guku, mach. Das war klar. Das war so klar. Ein Reparaturarbeiten in der Schleuse gekillt. Dann sagt er noch, Guku, mach, 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 mach. Und dann... Es war so klar, warum ich nicht abgehauen bin. Es ist... Es ist so... Es ist zum Kurzen. Ich hab mich grad noch gefreut, dass ich überlebt habe. Und jetzt... Es ist... Als ob... War ja klar, dass du in der Schleuse sterbe. Das war so mies. Es war so klar, dass du sterbe. Andere Seite. Andere Seite. Sorry. Ich dachte vielleicht, es gibt mehrere... Nee, ich hab noch ein Laboratorie. Mein letzter Task. Also, ich kann euch sagen, es liegt eine Leiche vor... Vor, ähm... Bei der Lava. Bei der Lava? Genau. Ja, nicht meine. Ja, und folgendes. Es können eigentlich nur Sven und Guku gewesen sein. Wem hat denn Elfen gerade gekostet? Ich hab sie gerade auch noch... Ein Guku ist ja klar. Ah, okay. Ich finde nur die Leiche, die... Werden sie aus, Charlie? Wo hast du... Ich glaube, Elfen hat einen Kill gemacht, weil... Kugel wahrscheinlich. Dings, da Tobi, glaube ich, war vorhin nach oben im Lab drinne. Und Tobi ist jetzt tot. Und ich hab da Elfen die noch kurz gehört. Ich bin mit Kami zum... Nee, ich hab mir auch eine Masse auf den Schatten. Ich hab noch gar nicht geblieben. Ist ja auch schon eine ganze Weile her, jetzt. Das waren noch... Wir haben Guku in... Wir haben Guku in Lab zurückgelassen. Wie soll ich denn gerade in Lab gelaufen sein, wenn ich tot bin? Ich glaube, es ist Sven. Hä? Ich bin Sven. 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 Okay. Keine Ahnung. Double Kill für die Imposter GG, Leute? Was ist in Ordnung? GG auf jeden Fall. Wenn das wirklich nicht stimmt. Oh, man. Ist halt übelst dumm, aber Rucki. Oh, du, Alter. Was... Jetzt hat er sich schon selber verraten. Aber mit. Tja. Mit dem Zwölfter. Ah, ich hätte bei den Leichen... Was hat er denn gesagt? Also machen wir mal einen letzten Task. Ich höre Chani wieder quer über die Map. Das ist hier wieder... Ich glaube, da ist hier wieder was verkehrt. Ach, Mensch. Jo. So. Ich glaube, ich sollte mal eine Stellung der Erde nehmen.